Herzlich willkommen zu Kulturmanagement Innovativ. Mein Name ist Eva Hüster und ich bin Joyce Dietrich und wir fragen uns, wie kommt das Neue in die Kulturinstitutionen? Dazu haben wir verschiedene Menschen gefragt, die dem Institut nahestehen und freuen uns, euch und ihnen verschiedene Perspektiven und auch verschiedene Persönlichkeiten vorstellen zu können. Viel Freude damit! Tschüss! Kulturmanagement Innovativ